Also wir sind sehr gerne auf dem Deutschen Pflegetag dabei, weil wir natürlich realisieren, dass für die Pflege tagtäglich körperliche, psychische Herausforderungen auch da sind und wir als innovativ forschendes Arzneimittelunternehmen hier unsere Verantwortung sehen, die Pflege entsprechend insbesondere im Bereich der Psychiatrie, aber auch Depression mit dem, was wir anbieten können, zu unterstützen.